Ich bin zwar nicht Gott, aber eins schwöre ich Ihnen, wenn Sie so weitermachen, mache ich Ihnen das gegen die Hölle. Ist das klar? Ich kann doch da auch nichts machen. Ich meine, ich bin Investor und kein Millionär. Ich habe selber alles verloren. Alles. Hören Sie, ich würde ja gerne kooperieren, aber so geht das Ihnen nicht. Fakt ist, das geht es weg. Ich kann da auch nicht helfen. Das hier sind Ihre Versprechungen. Und das waren unsere Einlagen. Die sind jetzt weg. Wir haben gar nichts mehr. Wir wollen unsere Einlagen zurück. Das war vollkommener Schwachsinn. Das Problem muss gelöst werden. Bald. Ja, klar. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Das war vollkommen. Das war so. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Untertitelung des ZDF, 2020